Guten Morgen aus Emden. Ja, wir sind heute vom Ahoi-Team unterwegs in der Krumm-Höhran und auch in Emden. Wir haben unterschiedliche Besichtigungen und unter anderem auch eine Hausübergabe heute in Pepsum. Der erste Termin in der Früh ist jetzt hier in Emden. Eine Besichtigung für ein Objekt zur Miete. Das ist eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung, Nähe Klinikum. Und da wollte ich Ihnen gerne einen kleinen Einblick geben. Und zwar insbesondere von diesem schönen großen Raum mit einem Rundbogen versehen. Es waren vorher zwei Räume, der eine tolle Möglichkeit ist, das als Esszimmer zu nutzen. Die Wohnung verfügt darüber hinaus nur über zwei Schlafzimmer, ein kleines Badezimmer und eine Küche. Und auch die Möglichkeit, draußen im Freien zu sitzen. Und sehr schön ist auch der direkte Blick hier draußen auf den Emden der Wall. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich doch bei uns. Viele Grüße und ein schönes Wochenende. Wünsche es Ahoi-Team.